Wie fühlst du dich? Gut, weil das Team ein sehr guter Defensiv-Games gegen einer der besten Team der Welt. Wir haben eine Chance, dass wir gewinnen. Das ist wichtig für uns. Du sahst nach dem 3. Goal, was passiert? Das war meine Schuld. Ich wollte einen Defensiv-Games auf Offensiv-Games. Ich kenne ihn. Er kommt auf die Bench. Wir missen einen Mann auf der Defensiv-Games. Das war meine Schuld. Ich denke, wir können das 2. Goal schießen, weil sie den Puck sehr gut kontrollieren. Die Regeln in der Linie ist, dass man sie nicht aufhört. Man kann es nicht so gut machen, um den Puck zu bekommen. Das ist eine wirklich schlechte Regeln. Das ist eine wirklich schlechte Regeln. Mit dem Puck, mit dem Puck, mit dem Puck, mit dem Puck. Man kann es nicht weitergehen. Man kann es nicht aufhört. Man kann es nicht aufhört. Man kann es nicht aufhört, in dieser Situation. Wir mussten 2, 3-4. Sie werden sie morgen eine deuntlich? Nein. Er hat ledig zu uns zwei. Man kann es überlegen. Es ist eine gute Defensiv-Games. Er spielt viele inline-Games. Der andere hat sie den Puck in der Kurve. Wir verleten zwei weiterhörigen, guten Leute. Ich denke, die nächsten Spiele sind nicht leichter für uns.